Ich schreibe nicht aus Freude am Schreiben. Es hat sich ebenso für mich ergeben, dass ich schreiben muss, wenn ich nicht den Verstand verlieren will. Es ist ja keiner da, der für mich denken und sorgen könnte. Entschuldigung! Entschuldigung, ich! Ich bin ganz allein. Wir waren in eine schlimme Lage geraten, Lux und ich. Ich konnte mich umbringen oder versuchen, mich unter der Wand durchzugraben. Und natürlich konnte ich hierbleiben und versuchen, am Leben zu bleiben. Lux stand mir am nächsten. Er war bald nicht nur mein Hund, sondern mein Freund. Mein einziger Freund in einer Welt der Mühen und Einsamkeit. Er war bald nicht nur unterschiedlich. Untertitelung des ZDF, 2020